Es gibt immer so einen randomen Lappen. Ah, das Ding ist Glast. Chris, aber... 40, 39, 38, 35, 36, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 73... Oben, Oven über der Garage, links neben der Garage, 74 Grad östlich, drei Kilometer weiter links und dann zwei Meter runter bist du da. Kennt ihr das auch? Manchmal steht nur ein Mini. Hat jemand mit der Drohne oben? Alex Platter mit der Drohne oben in der Garage. Ich weiß nicht wie der Song jetzt weiter geht, Alex. Ich schau jetzt nach. Location of higher hazard container unknown. Clear to engage. Boah, nicht hier und auch alleine hilft. Boah. WTF? Nee. Der kommt mit mir jetzt gerade nur gemutet rein. Alex, wir haben nicht gemutet. Du hast es viel zu laut. Ah, die Typen sind bei mir gerade am Swag. Nein! Nein! Ah! Ah! Verdammt, hast du mich gerade abgeschossen? Nein, ich habe mich gerade... Du wurdest gerade abgeschossen. Im selben Moment. Im selben Moment. Im selben Moment, wo du runterflogen bist, habe ich dich geheilt. Danke. Das war filmbreit. Ja, Jim gedroppt. Nein! Ach, schade, draußen. Jim, 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 Jim! Ja, Jim auch. Jim on door. Nein! Kranate! Einer ist draußen verletzt. Das ist ein... Der letzte ist Jim, was du gesagt? Ja, Jim war einer. Äh, das war Bug. Oben, oben. Nicht mehr Treppe gehen. Von oben ist aufgemacht worden. Von oberhalb der Treppe. Oh. Komm jetzt. Oh. Ähm. Äh, schaffe ich das noch? Oh, komm. Okay, Treppe. Schildträger. Schildträger. Blitz. Schön. Glaubst du auf Blitz? Ja, jetzt glaub ich. Und Kapital. Verletzt. Und zwei Schuss. Wie steht's denn bei euch? 1-3. 1-0. Deck direkt drüben. Ne. Du hättest beinahe noch deine eigenen Geräte kaputt gemacht. Ah, nur beinahe noch. Ah. Kurz Pause. Ah. 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 Okay. Das wird ein schöner Push. Und ich hab grad genau den Weg hin. Ah, okay. Binden wir uns kurz zurück. Aber. 5 Sekunden zu gehen. Schön. Oh, guckt nämlich der Doxxer an. Okay. Yes. Was? Keiner. Was schreibt denn der Typ? Ah. Meine Hemoriten. Ja, der guckt mich grad fragend an. Ich weiß tief was er will. Hä? Okay. Okay. WTF warum? Oh. Das war der Twitch droll nicht. Das war der Vollidiot hinter mir gewesen. Okay. Jetzt ist dieses scheiß Fenster offen. Stehen die da draußen? Einer ja. Wo ungefähr? Ich hab's nur gehört. Nicht gesehen. So. Okay. Oh, fett hinter mir. Ich kann im Moment nicht mehr gucken. Da ist doch einer. Ich hau ab. Okay. Hier ist anscheinend ein Kapital, ne? Wo oben. Twitch ist tot. 50 Sekunden left. Okay. Die stehen alle drei drauf. Danke. Ach, da waren beide. Okay. Nice. Eine Runde noch. Das schaffen wir. Geil. So viel Ketchup. Er konnte sich aber nicht mehr umdrehen lassen. Ich hätte so schlecht schieß können wie möglich. Der Typ hat sich auf die Stelle nicht mehr umdrehen können. Das ist ein zerbrochenes Fenster. Kein Typ der da rausschaut. Hä? Kein Problem. Ich bin ziemlich dumm von dir. Kardos durch. Kardos durch. Kardos durch. Oh. Oh. Oh du wirst mich an. What? Jetzt in der rechte Ecke. Jock hier. Jock mit der Shotgun. Shotgun. Still there. You have your grenades? Ah, der Blitz ist bei mir. Äh, der Blitz ist bei mir. Äh, der Blitz ist bei mir, ne? Ben ist, Ben ist bei mir. Geh mal weg, Baru. Ich weiß nicht ob meine... Ich kann nicht weggehen. Ich kann nicht weggehen. Good job. Okay, push in. Push in. Oh shit. Äh, upstairs, upstairs. Ich hab mich verletzt. The roof. Watch out. There's a... There's a hole here. Watch out. Nutze. Haha, ich hab eins mit der Grenade. KG. Let's play in Asati. Don't go find another team. Let's just play. Ich hab meine Abik... Oh. Was ist das hier? Kamanda... Noch nicht durch. Aber jetzt, oder? Ohhhh. Holy. Meera hat 2 HP, 3 HP... Keine Ahnung. Ganz wenig. Neun. Device is going down. ven1. Omen. Oben! Alter, veraim, ich veraim jetzt, In whoa, im Pool. Oh, ich piss Ahnung. Das ist ganz oben. Oben am Bad, der Da ist er schon wieder drün. Alter, ich veraim... Ich veraim des Todes! Kannst du mal wenigstens was aufmachen? Clema, kannst du? Hier rechts? Noch nicht. Also zur Not einen Durchgang habt ihr, ne? Zur Not. Da ist nochmal O. Okay, da geht wieder rein. Da ist er offen. Ja, ja. Oh. Ich dachte, er ist auch rechts, aber... Ja, da will einer pieken. Frost. Schade. Oh, oh. 20. Sei mal, du musst dich nähern. Clema. 15. Ja, Frost ist drin. Hinterm Van gewesen. Ist das tot? Ja. Nice, danke. Clema, besta. Und die schaut's aus. Hier, 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 bei mir. Hauptengang. Chris, können wir rein. Oh, 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 oh. Erster Schuss war von Kill. Aber von hinten schauen, bitte. Das ist unwünstig, wenn die alle nach vorne... ... ... ... Frost, Letzte. Es ist nur noch einer. Wer ist der Letzte? Frost, ähm, der Werkstatt. Äh, jetzt kennt er Zimmer. Okay, doch, der Werkstatt. Okay, jetzt nur die Ruhe bewahren. Jetzt nur die Ruhe bewahren. Abel. Ja, Harbin, der mich beschossen hat. Doc ist tot. Helha. Weltwepper. Atom nade! Atom nade! Kein Atom nade! Weg! One, one, one! One, two, one! Lol, da war jemand! Du musst treffen, aimen! Beide Mirafels sind offen! Ich weiß wo er ist! Rechts, rechts, rechts! Rechts Treppe, rechts Treppe, rechts Treppe! Weiter so, Junge, weiter so! 2 einer Ereise 1 Bis zum nächsten Mal.